So, es geht zum nächsten Punkt über und da das Gelände relativ voll ist, ist es immer schwierig, die Fahrzeuge zum Livestream an den Standort zu bringen und wir haben uns entschlossen, dass wir jetzt zum Fahrzeug gehen mit dem Kamerateam. Und ich muss gestehen, einen kleinen Fehler haben wir zwischendurch eingebaut. Wir haben die Firma Giacuzzo in der Halle, in der Schmiedehalle vorher vergessen, deshalb hat man auch so einen Zeitvorsprung. Aber das holen wir natürlich nach, dass wir den Stefan Giacuzzo mit seiner Firma dann später noch im Livestream haben. Hier ist der komplette Eventplatz mit Highlights. Ford Escort Cabrio, Dacia Duster. Das ist einmal der Duster. Der wirbelt Duster auf, würde ich sagen. Ja, das war noch unsere Jugend, gell? Ja, aber, Ari, wir haben den Giacuzzo in der Halle vergessen. Einen Programmpunkt haben wir übersprungen. Ich hab mir das vorhin gesagt, ja, wir machen das. Können wir wieder rein? Ja, jetzt müssen wir mal ziehen ein bisschen, aber egal. Können wir wieder rein? Das ist live, das ist live. Können wir wieder rein? Macht ja nichts. So.